ja die jahre leute dann hat er sich damit er hat er auf der pfz soll mit markus so die spiel wie die holz dort und ich bin im kinder team ja ich hab's auch gesehen aber das ist nicht mein problem das ist dein problem okay jetzt bin ich jetzt bist du da nicht gewechselt ah ja okay dann kriegen wir jetzt auch zusammen los da spielen währenddessen versuche ich mal nichts zu machen wieder anzukriegen ich höre drei plüten zumbies über den tod ist da nur keine musik mehr nicht nur 3 im sku zu wissen was zu nennen 5 wiederbelebungen 10 pflanzen mit heklings und verhüllte gegner ja gegner verhüllt ist meine spezialität das wollte ich jetzt mache aber da war scheiße die beschießen uns dass wir uns das gefallen werden die uns beschießen 9 wird er zurückgeballert und die stelle zu verheilung hin weil sie wissen wer hier die vorte ich habe können Toschen Arter und für die Scheiß Eistop verpiss dich drohen was sagt also hält fest bleibt der Feuerpacke sterben bisschen schaden habe ich ihm gedrückt alter die runde scheint irgendwie ziemlich geschenkt natürlich bin vorbeigetäckert zum kreo bunt er hat zumindest habe ich jedoch weggeholt so und jetzt auch auf die zweite runde mit dem krick jetzt da die wir auch auf feuer schaden schau mal ich bin im urlaub zum kino pro auto auf die geheilte über die geworfen und die tot also ich möchte mich werde geboren total halt der wasser dann nicht mal und ich wollte blickst du ab jetzt wollen herrte fack das war der stelle reichert nicht die feste 9 die will ich weg zwei behinderte stapp was für den händler ist nicht gehen da wird noch 30 ich habe tot sowohl geholt bin ich da unten erfolgt strahlend gleich wieder ich sehe es schon ich ballein ab ich bin tot ich habe mich gesehen er ist tot auch sehr gestoppt und dann leben gar nicht er ist verbrannt wahrscheinlich doch vorher das elemente cheater alter zons erpino sie immer präler weil er dir hinter dir ich konnte mich nicht umdrehen nach dem feuer und am hinteren aber es sei die nächste er ist einfach der nächste er ist es lief erhält sich immer wieder hoch oder jemand das ist er wieder bis dann wird auch unbesiegbar das ist der schlechte Loppen da auch da kommt schon wieder ein starker auf sich zu die TK 1 ich fliege wichtig du fliegst aber ich bin dort ja okay dann sind wir schon beim torwärts da ja dann nehmen wir halt statt vorher diesmal Eis vielleicht sind hier drei Kaktushochwalnüsse also gut also den Torwärts da mag ich eigentlich weil er kann ziemlich lang feuern er macht nur weniger schaden aber der überhützt quasi mann 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 nehmt dauernd ich hab's scheinbar wo liegst du ja da werde ich dich nicht holen weil da komme ich gar nicht hin weil ich bin noch am spawn und ich hab Stinkelkäse am Kopf ich wusste und wir haben hier zum ließ Ars Brüle Bohne noch eine Bohne nur für dich wort der ich hab den eispilz eingefahren hinter mir betort vor sich vor dir schnappt und hinter dir feuererbste und kaktus als kaktus die elektro kaktus okay der baseball star das geht der hier hat hat heute das wird zu wissen nicht wie möglich bei den klassen sind auch so gut als ich wiederholen als liebe war holt mich schon ja jetzt jagt mich wieder so der scheiß drohne zwei drohnen ja weißer schlag da oben doch hat ein weißer schlag nicht genug auch gescheiße da geht über nichts nach vorne das die die das jetzt was jetzt auch auf den täglichen und damit wieder tot als würde ich mit meinen täglichen eine weggeholt bis da daher ich muss der leute verhütet sagt mir das doch mal einer und nicht dieser scheiß stinkhandschuhwerfer alles zu den schulden was denn den stinkhandschuhwerfer trug sie keine ahnung ja jetzt habe ich den du hast der druck werfen ich hab den schaust eben hier halt den base fester wo ich über dem die rock ist da meinst du das ja kann sein der schule halt wird dieser stelle grünfeuernde ja 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 jetzt scheiße er hat einfach so schnell ja und ich bin schon wieder tot weil sie alle erdauern mit mg erbs war die ecklich steht willst du mich wiederholen ich lecker der treppe da ich habe gerade was zu tun und nehmen wir noch eine wissenschaftler erholt mich ich wollte schon sagen ich wollte auch mal jetzt hätte ich schon wieder von der tat geschossen ah hör auf mich zu beschießen mein gott nehmen wir weiß wie viele scheiß drohnen ballen da auf mich nein die schermann meist kolben meist kolben ohne hohe west links da heute ich bin wieder tot diese schnapper überwacht zusammen mit den ganzen mg erbs und dann noch die padronen seit habe ich auch der rugby tipp ich bin so fans wenn man so an wie es hier da hätte ach ja beim dinge ist beim wrestling zu sagen ja das ist so geil alter wort Ja! Jawohl! Oh Mann! Ich töte er! Es wird getötet! Nein! Was? Schnapper! Oh, der Leon? Ja! Nein! Nein! Was? Mann! Jetzt ist auch noch unser TP da! Golfstar! Na wohl! Da ist einer! Verbitter! Auf geht's, Golfbälle! Aber mit dem Wrestling Star musst du eigentlich in den Nahkampf gehen! Da macht er nämlich viel mehr Damage! Yes! Da, da ... Da, da! Da, 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 da! Da, 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 da! Da, das ist ein Doomschwurm! Okay, da ist der dreifach kill Jetzt jagt mich noch so ein scheiß Erbsenagent Den konnte ich noch ungefähr zur Hälfte Zerhauen Golfstar Ey, wir sollten mal langsam zusammen in die Garten reinpushen Einmal Wartest du mal irgendwo da auf mich? Halte es unsere letzte Chance jetzt Hier, der lege 5 Ich bin damit Ich bin tot Ja, okay, da muss ich nur alleine pushen Feuer, Spray Okay, ich bin durch Also mein Wichtkrieg hat nochmal Triple Kill gezogen Ist der Golfstar der letzte? Halt aber nichts, ja Ja, dann haben wir jetzt alle gesehen, weil ich bin da gerade noch verrückt Wunderbar, wunderbar hier Zweiter Platz rausgeholt, 11 kills, okay, geht besser Wenn ich mir jetzt vielleicht eine draus suchen würde, mit dem ich besser spielen kann, dann wird es eine bessere Runde werden Aber es sind so ein paar dabei, wie der Stinkhandschuhwerfer oder der Rugbywerfer Mit denen kann ich einfach nicht spielen Oder die Ramme ist immer so Glückssache, ob ich mit der gerade gut bin Na ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge Und Zur Feuer des Tages öffnen wir jetzt Was öffnen wir jetzt? Oh, mal wieder ein Glitzer-Fackchen, dafür brauchen wir noch einiges Und weil wir die ganzen letzten Folgen nichts geöffnet haben Gibt es gleich noch ein zweites Glitzer-Fackchen Und dann damit würde ich sagen, servus und ciao Ciao